Cool, dass ihr alle am Start seid. Wir machen mal ein kleines Kick-Workout. Ich zeige euch meine Favorites, wie ich am liebsten Kicks trainier. Wir fangen mit ein paar ganz einfachen Basics an und steigern uns. Zum Schluss zeige ich euch eine schöne Kombination. Und lasst uns mal richtig da an. Ich bin heute der Boxsack. Eigentlich bin ich der Grappler, aber ich habe mich zur Verfügung gestellt, ein paar Kicks zu üben. Wir hoffen, dass ihr viel Spaß habt. Hoffentlich habt ihr ein bisschen Platz, dass ihr nicht die teure Ming-Vase kaputt kickt. Nehmt euch einen Platz, wo ihr Raum habt. Bei dem schönen Wetter könnt ihr es auch gerne auf dem Balkon machen. Fangen wir an. Ich zeige euch, wie ich mein Aufwärmtraining am liebsten mache, wenn ich was mit Kicks mache. Ich habe hier meinen Partner, wir stehen alle hier in der schönen Deckung. Und was ich mache? Wir machen immer ein Kick, der, ein Kick mache ich. Machen wir zwei Minuten lang. Und wichtig ist immer, ich denke immer hart auf weich treten. Also mein Schienbein ist hart. Seine Oberschenkel ist weich, der Rest dann eben auch. Aber nicht Schienbein, Knie, nicht Ellenbogen und nicht Kopf erst mal treffen. Und ganz locker einfach Kicks machen und wenig Pausen. Hier ok? Hier ok? Hier ok? Hier ok? Hier ok? Dann schon mal sehen wir. ok Wir haben ja jetzt schon relativ mit ganz vielen Kicks gestartet, was sagst du ist der allereinfachste für jemanden, der noch nie Kickboxen gemacht hat, der noch nicht viel Sport hat, aber was ist der einfachste Kick, wo man sich nicht verletzen kann, was gut funktioniert, was würdest du den Leuten empfehlen, die noch nie Kampfsport gemacht haben und heute das erste Mal Kickboxen ausprobieren wollen? Der einfachste Kick meiner Meinung nach ist der Front Kick, weil es einfach eine so simple Bewegung ist, die eigentlich jeder von Natur aus können sollte oder kann und hat einfach auch kein Verletzungsrisiko. Ich zeige euch gleich mal, wie wir einen Front Kick machen, ich werde ein paar Variationen zeigen, aber ich möchte noch ein Aufwärmspiel mit euch machen, was ein bisschen Fahr macht, damit wir nochmal richtig ins Schwitzen kommen, bevor wir zur Technik überkommen. Und zwar zeige ich euch, wie ich am liebsten Knie trainieren, auf Reaktion, Timing und Auge, ok. Und zwar habe ich hier einen Partner, der steht hier in Kampfstellung und ich bin der Pratzenmann, ok. Ich werde auf ihn zulaufen, hier mit den Händen, am Anfang ein bisschen niedriger, später ein bisschen höher und er muss reagieren. Und was er macht, der steht hier schön eng und haut ein Knie von unten nach oben gerade hoch, simuliert einen Knie Stoß zum Kopf, hier ganz einfach, bumm. Das war schon alles. Ich mache das 3-4 Mal bei ihm, dann macht er das bei mir und dann sind wir mit dem Aufwärmen durch, ok. Ich stelle es in Kampfstellung und ich fange an hier, bumm und du machst die Knie. Und noch die Ende und anders. Sehr schön. Oh, das ist für mich mal, ok. Das ist doch nicht zu. Thomas hat mich gerade gefragt, was der Unterschied zwischen rechten Knie und linken Knie ist. Und ich zeige euch nochmal, wie ich das hier eigentlich mache. Eine ganz einfache Sache. Ich bin hier hinten so ein bisschen in Auswahlposition. Und ich mache die Hände oben. Und hier hinten habe ich Power. Das heißt, von mir her kann ich mein Knie schön hochziehen. Mit dem vorderen Bein kriege ich hier nicht wirklich viel Power. Das heißt, ich muss hier eigentlich einen Switch-Step machen. Switch-Step wäre das hier. Ich kann hier Knie reinhauen, oder? Ich mache das rechte Bein einen Schritt nach vorne. Und das hintere Bein ist in Auswahlposition. Und ich kann hier Knie hauen. Ich zeige es nochmal in die Seite. Einmal hinteres Bein Knie. Vorderes Bein, Switch-Step. Ok. Die Sache ist, ich habe schon verschiedene Meinungen gehört. Einmal mit flachen Fuß und einmal auf Zehenspitzen. Was sagst du dazu? Flacher Fuß, wenn man kickt oder Zehenspitzen. Beim Kicken ist nochmal was anderes. Also ich habe mir auch angewöhnt, immer auf Zehenspitzen. Aus dem Grund flach, Fuß auf der Matte, viel Reibung. Das heißt, viel Widerstand. Bin ich hier auf Zehenspitzen, dreh ich schneller. Und ich kann meinen Körper besser eindrehen. Ja, also für die ganzen gedrehten Sachen Zehenspitzen. Und für die geraden Sachen stabil, ganz flächig auf dem Grund stehen. Genau, ja. Ok. Ok. Wir haben die Knie durch. Dann gehen wir zu den Frontkicks. Du hast gefragt, was das einfachste ist. Schutzt mal am Bauch. Ich zeige euch hier Frontkick. Sehr unterschätzt meiner Meinung nach. Das ist eine sehr gute Sache. Man kann einfach Leute ganz einfach auf Distanz halten. Und hat ein geringes Verletzungsrisiko. Weil es eins was passieren kann. Ich kann den Ellbogen von oben bekommen. Und das war's. Bei den anderen Kicks kann ich dein Bein treffen. Dein Knie, dein Ellbogen. Und mein Bein könnte durch ein bisschen verletzt werden. Ok. Ich bin hier in der Ausfallposition. Und ich erscheint es jetzt. Mit dem hinteren Bein greife ich dich an, wenn ich Distanz rufe. Ok. Ich bin hier hinten. Ziehe mein Knie eng hoch. Um. Und wieder zurück. Und das letzte bisschen drücke ich meine Hüfte hier vor. Nur das hier reicht nicht. Ich mache das hoch und hier. Um. Und zurück. Und der Kick ist erst vorbei, wenn mein Bein wieder hinten ist. Ok. Wenn ich mein Bein vorne lasse, dann kannst du es fallen. Ok. Und das wäre gefährlich für mich. Deswegen. Kicks sind erst mal vorbei, wenn ich in Grundstellung bin. Soll ich es jetzt einmal stellen? Hier. Ok. Das trainieren wir. Wir machen erst mal das rechte Bein. Und dann zeige ich, was ich mit dem linken Bein mache. Ich gehst einmal in Kraftstellung. Und probier mal. Und schnell hinten ab. So. Ok. Sehr einfach, oder? Was machst du mit den Armen? Ziehst du sie runter? So wie die Tais das machen? Oder es gibt verschiedene Ansichten, was man mit den Armen macht. Manche sagen Arme umlassen. Manche sagen Arme runterziehen. Was sagst du den Leuten? Was ist besser? Das ist eine gute Frage. Da gibt es echt zwei verschiedene Sachen. Also ich probier beide Hände immer oben zu lassen. Ja. Und ich mach das hier, weil ich einfach mein Gesicht gedeckt haben will. Bei den ganzen seitlichen Kicks schwingt ein Arm immer mit. Um Power zu holen. Ich hab hier einen Gegenzug. Meine Hand ist hier. Und wenn die hier zur Logik macht, die Hand zieht mit. Und ich bleib seitlich. Aber hier bei den geraden Frontkicks bleiben meine Hände immer oben. Hier. Puh. Okay. Und das Bein war für Angriff. Okay. Mit dem linken Bein gibt es auch zwei Variationen. Und zwar das einfachste ist, wenn du jetzt auf mich zukommst. Puh. Okay. Das ist für mich ein Stop Kick. Ich kann mich aber auch mit dem linken angreifen. Aber da brauchst du nur beide Beine einmal zusammen. Hier. Ein Schritt vor. Knie hoch. Puh. Und wieder zurück. Und mit dem linken Bein können wir jetzt einmal trainieren als Stop Kick. Wenn du auf mich zukommst. Oder einmal wenn ich dich angreife mit dem linken. Okay. Und du trainierst 3-4 mal das linke Bein. Und danach das rechte Bein. Okay. Ich laufe auf dich zu. Du trainierst das linke Bein. Ja gut. Und schnell an die Grundstellung. Und wieder das rechte Bein jetzt. Sehr schön. Und links. Sehr gut. Okay. Ich habe noch ein kleines Rezept für den Front Kick. Ich habe eine Art wie ich antäusche. Was ein bisschen verwirrt. Okay. Und zwar. Was ich gerne mache. Wenn ich mit dem hinteren Bein Front Kick mache. Ich täusche das gerne an. Ich ziehe das Bein hoch. Ein bisschen seitlich. Und man würde denken. Es kommt ein Roundhouse Kick. Von rechts. Ich ziehe das Bein hoch. Dreh es wieder in die Mitte. Boom. Und Front Kick kommt. Jetzt denke ich es einmal an dir. Hier. Jetzt kommt Front Kick. Äh. Roundhouse Kick. Und dann ziehe ich in die Mitte. Ich schütze es mal einmal auf. Und ich bin hier. Einmal langsam hochseitig in die Mitte. Und ausstrecken. Und probiere es mal. Und jetzt zeichn ich in die Mitte. Und dann bisschen schütze es. Werden sie auch dann genau zusammen. Das war das rechte Bein gefakt, ich habe noch ein Fake oder eine Vorbereitung, Setup, wie man dazu sagt, und zwar haben das Zweikämpfer ganz berühmt gemacht, obwohl es eigentlich schon mal alt ist, und zwar Anderson Silva und Yoto Machida haben den Frontkick so berühmt gemacht, weil sie einen richtig geilen Knockout gehauen haben, und ich zeige euch einmal schnell. Und dann langsam, wenn man den Frontkick so macht. Das erste was sie machen ist, sie täuschen mit links an, ziehen das linke Bein hoch, und das rechte kommt hier gesprungen. Eigentlich ist eine ganz andere Sache, ich tausche einmal an, beim dritten Mal springt das Bein vor, dann geht direkt rein. Also das ist jetzt um Distanz zu überbrücken, oder? Ja, Distanz, um gleichzeitig zu verwirren, zieh das linke Bein hoch, und du wirst denken, hier kommt ein Highkick oder auch ein Frontkick, und dann das rechte Bein. Probier es mal aus. Also rechts? Das ist links natürlich. Zieh links hoch. Ja, dann kick ich hin. Perfekt. Und Hände hoch. Und nochmal. Sehr gut. Sehr gut. Mach es nochmal bei dir. Ivan Bronner hat eine Frage, hinterer Fuß beim Frontkick, bleibst du Flatfooted oder auf die Fußspitze? Weil recht jetzt. Jaja. Er hat nur geschrieben hinterer Fuß. Ich probiere meistens immer auf Zehenspitzen zu sein. Wenn ich jetzt hier den normalen Frontkick mache, hat man die Hände, man sieht es nicht gut, aber ich bin hier vorne immer. Die Thighs bleiben immer flach stehen, weil die nicht gern laufen. Ich laufe gern und bewege mich viel, deswegen bin ich immer hier auf Zehenspitzen. Und mit der anderen Seite auch, wenn ich das linke Bein bringe, gehe ich hier kurz runter. Aber generell, da ich mich schnell und viel bewege, bin ich immer auf Zehenspitzen. Also was mir bei ihm aufgefallen ist, wenn man ihn von der Seite betrachtet, wenn er diese Frontkicks macht, sieht es so ein bisschen aus wie so ein Bogen. Wenn er gerade stehen würde, würde ich ihn praktisch, wenn ich auf ihn zukomme, immer aufs Gleichgewicht bringen. Aber so ist es, er ist praktisch gefedert. Das heißt, wenn ich auf dich zukomme, schiebst du dich im schlimmsten Fall weg. Oder? Kann man das so sagen? Sollen wir es mal zeigen? Ich laufe und ich schiebe dich praktisch weg und du auch mit Frontkickst dich. Ich glaube, das ist die Frage von Yvonne. Wenn es sie nicht ist, dann stell noch mal. Aber ich glaube, so habe ich es verstanden. Das heißt, du federst dich eigentlich weg, sodass er nicht aus dem Stand rausfällt. Entweder das, oder ich drücke mich explosiv nach vorne. Weil flacher Fuß auf dem Schütze tot, aktive Füße heißt, ich werde mich bewegen. Und da ich mich immer bewege, sind meine Füße immer aktiv. Für die Leute jetzt zu Hause, die nicht das Glück haben, irgendeinen Trainingspartner zu haben. Gibt es irgendeine Art, wie man das zu Hause alleine üben kann? Ja, wenn man keinen Sandsack hat, dann würde ich den Sandsack nehmen. Wenn nicht, kann man die Wand nehmen, eine Matte dagegen, eine Bettmatratze. Und man sollte probieren, erstmal das langsam, schön breit, locker gefedert. Wie ich auf Zehenspitzen. Und hier vor. Und das Wichtigste sind die letzten 10 cm jetzt, wo die Hüfte vorgeht. Das ist die Power. Das ist die Geschwindigkeit. Das ist die Power. Und wichtig ist, dass das Bein schnell wieder nach hinten bringt. Okay. Cool. Noch mehr Fragen zu Frontkicks? Wir haben jetzt den Link, den Rechten, einmal mit rechts eingetäuscht. Und diesen Oldschool-Karate-Frontkick. Dieser, genau, gar nicht. Richtig gute Sache. Und ja, macht mega Spaß. Ich würde jetzt noch, wenn keine Fragen sind, würde ich einen Sidekick gerne zeigen. Sidekick ist ja eigentlich auch voll der traditionelle Kick. So in den modernen Kampfsportarten sieht man einen Sidekick eigentlich voll wenig, oder? Ja, man sieht ihn wenig, aber wird wieder kommen glaube ich. Das wird retro und das ist eigentlich auch eine ganz einfache Sache. Ich kann es mal an dir zeigen. Ich schütze mal deinen Bauch. Und zwar bin ich hier und was ich mache ist, ich bringe auch hier beide Beine kurz zusammen. Und ich bringe das Knie hoch. Knie hoch. Und ausstrengen. Kannst du mal probieren? Ja. Das heißt, ich bin in einer seichlichen Kampfstellung? Genau. Ich bringe die Beine mit so einem Pendulum-Strap zusammen. Genau. Ich ziehe das Knie hoch. Ja. Und dann strecke ich. Und viele lassen die Hand hier nach vorne und die an der Schläfe. Okay. Ich mach's nochmal auf der Seite. Das heißt, die Füße zusammen. Genau. Die nach vorne und die andere an der Schläfe. Genau. Okay. Ich glaube im Karate heißt der Mawashi Geri. Korrigiert nicht. Wenn es falsch ist. Gürtelkick. Wie weit lehnst du nach hinten? Probierst du gerade stehen zu bleiben? Ich leh mich nur minimal nach hinten. Für mich ist wichtig. Entscheidet an sich alles. Wie weit ich mein Knie hochkriege. Das ist wie bei fast ein Kick. Ich ziehe es hoch. Und schnell wieder auseinander. Und ja. Probier eigentlich aufrecht zu bleiben. Weil umso mehr mein Gewicht nach unten ist. Umso weiter höher geht der Kick. Und ich will eigentlich nur zum Körper treten. Ja. Okay. Ich probier's nochmal aus. Wenn ihr gerade einen Partner habt. Der Schwere ist. Probiert es nicht fest zu machen. Probiert es nur sauber zu machen. Okay. Wir haben nur Handschuhe an. Kann man nicht so krasse harte Kicks drauf machen. Deswegen machen wir zweimal rechts. Zweimal links. Danach der andere Partner. Okay. Und dann zeig ich euch noch ein Setup dazu. Wie ich das gerne vorbereite. Ohne dass man es so sieht. Und zwar bin ich schon in der Auslage nach vorne. Das Einzige was ich mache. Ich ziehe das Bein hoch. Und ich stehe nicht von Anfang an schräg. Wenn ich schräg stehe. Wird er sofort wissen was passiert. Wird irgendwas seitlich kommen. Das heißt. Ich bin gerade. Und im letzten Moment drehe ich mich nur schräg. Ich bin hier. Ich nehme mal die Hände hoch. Ich bin hier. Hier. Ich bin gerade noch. Okay. Ich fang mich so an. Ich bin gerade noch. Ich bin hier. Ich bin hier. Und probiere es nochmal. Ja. Mach mal gerade. Okay. Mit welchem Teil vom Fuß triffst du den Körper? Ich probiere mit der oberen Kante zu treffen und was ich mache, ich lasse den Ball nicht ausgeschränkt, ich ziehe die Zehenspitzen ran und probiere mit der Kante zu treffen. Generell gilt bei Kicks, beim Frontkick wird auch gefragt, mit der ganzen Ferse oder mit dem Fuß fallen. Und ich sage, große Kraft auf kleine Fläche tut weh, große Kraft auf große Fläche schiebt nicht weh. Und das wichtigste ist, Kick anfangen und immer schnell zurückbringen, genau wie beim Schlagen. Wenn ich nur Schlag die Hände vorne lasse, dann bin ich angreifbar. Deswegen immer Grundstellung zurück. Kann ich es noch 2 einmal machen? Ja. Sehr gut. Ok, ich zeige dir jetzt noch ein Setup dazu, wie man es besser vorbereiten kann oder was ganz häufig passiert. Wenn man einen Thai-Box hat, stehe ich mal in der Kampfstellung. Was ich mache, gibt dir rechts einen Routorskick zum Kopf oder einen Highkick. Und du lenkst ihn nach hinten und weihst ihn aus. Und dann komm ich zum Bauch. Mit einem Sidekick. Mit einem Sidekick. Genau. Gehen wir jetzt hier zurück. Einmal langsam. Und ich bin hier. Ok. Super. Einmal langsam. Wir sind hier. Nochmal. Noch einmal. Ich fühle mich nochmal da. In dem Moment wäre es ja so, wenn ich den meide, denke ich, dass ich rein kann. Und dann schießt du mich ab. Genau. So eine Lücke praktisch. Du rennst mit Glück rein. Ja. Meine Kraft in deinem Gewicht. Und dann liegst du. Ja. Das heißt, nach dem Kick kann es auch sein, dass du dich ganz eng machst. Dass es auf ganz engem Raum passiert. Genau. Möglich, dass du gleich nach vorne läufst. Soll ich das mal ausprobieren, dass ich danach reinkomme? Ja. Probieren wir es mal aus. Also hier. Ja. Dann ist es kürzer, aber ich merke es halt immer noch ziemlich wumms. Müsst du es mal ausprobieren? Einmal langsam. Ok. Du hast mit dem Hinselbein jetzt immer. Genau. Ich bin hier. Sehr gut. Nochmal. Ok. Nächsten oder willst du weiter machen? Sollen wir die ganzen Sachen mal kurz wiederholen, was wir gemacht haben? Wir haben die Knie gemacht. Die waren so ein bisschen die Einleitung in die Frontkicks. Von den Frontkicks sind wir in den Sidekick gekommen, oder? Wollen wir mal kurz alle wiederholen? Ja. Ok, gut. Wir haben Knie gehabt. Vorne und hinten. Das heißt eins. Switch. Zwei. Genau. Dann haben wir die Frontkicks. Dann haben wir die Frontkicks. Das hintere greife ich an. Ja. Vorne stoppe ich. Oder du kommst nach vorne mit. Genau. Und dann haben wir die Sidekicks noch. Dann kam ein rechter Fake. Ah. Genau. Die Fakes. Das heißt, die Seite gerade. Und die Pedalala. Genau. Diesen Yoto Kick. Das heißt, mit rechts Fake kick. Mit links. Ja. Okay. Und dann waren die Sidekicks. Dann waren es die Sidekicks. Dann waren es die Sidekicks. Uh. Schon jede Menge Sachen. Noch einmal. Yeah. Anstrengend. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Irgendwas was ihr wissen wollt? Also. Fand ich jetzt schon relativ. Also. Es ist eigentlich schon ein komplettes Workout gewesen. Wenn man sich Zeit nimmt für diese einzelnen Moves. Ist doch schon eigentlich ein komplettes Workout. Oder? Wenn ich sowas mache. Ich stelle mir einen Timer. Eine Runde, drei Minuten. Und ich gucke, dass ich mindestens zwei Runden eigentlich Technik mache. Das heißt. Wir haben jetzt. Vier Arten von Frontkicks. Wir haben Sidekicks. Das heißt. Wir sind bestimmt schon bei. Sechs. Sechs Techniken. Das heißt. Sechs mal drei Minuten. Fast eine gute halbe Stunde haben wir jetzt schon. Cool. Ja. Boah. Leute. Schreibt mir mal in die Kommentare. Wie es euch hier geht. Wie anstrengend ihr das findet. Mit wem ihr zu Hause trainiert. Und. Sollen wir noch einen machen? Machen wir noch einen. Lassst ihr aufsuchen. Gedreht zum Bauch oder zum Kopf. Ja. Ich würde sagen. Ich weiß nicht wie flexibel die Leute sind. Vielleicht fangen wir mal klein an. Und wenn wir warm sind. Dann steigern wir es mal hoch. Schauen wir mal was du vor hast. Was du geplant hast. Okay. Jeder der bei mir im Training ist. Ich zeige dir das zweite Training. Reckick zum Körper. Spinning Back Kick. Und. Es gibt da viele verschiedene Theorien. Ich weiß wie die Taekwondo Leute das machen. Und jeder. Kampfstehen hat eigentlich so seine kleinen Unterschiede. Und ich zeige euch. Wie ich es für mich am liebsten mache. Würdest du. Grundsätzlich. Das ist jetzt nichts für Anfänger. Oder. Anfänger sollten erstmal bei den geraden Kicks bleiben. Genau. Und dann. Das ist was wenn man die geraden Kicks gemeistert hat. Wenn man das Gleichgewicht und Koordination hat. Dann fängt man damit an. Das ist was wo ich sage. Wo man langsam üben muss. Ganz oft langsam wiederholen. Die anderen Sachen kann man ausprobieren. Die sind an sich nicht schwer. Aber das muss man feilen. Da braucht man Koordination. Man braucht das Auge. Man braucht Timing. Und man braucht auch ein bisschen Gleichgewicht. Okay. Alles an sich nicht an. Und ich zeige euch mal. Einmal hier im Freien. Ich habe vier Steps sage ich dazu. Ich zeige es immer gleich. Ich bringe erstens meinen Körper an eine Linie. Eins. Zweites. Ich drehe meine Haxeln zu meinem Gegner. Da wo ich nicht hinkicken will. Zwei. Drittes Step ist. Gegner anschauen. Okay. Ich ziehe meinen Gegner an mit meinen Augen. Ich muss ihn sehen. Und von hier ziehe ich mein Knie hoch. Und dann kommt noch vier. Treten. Einmal langsam. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und der Kick ist nur gut wenn er gerade kommt. Wenn ich da anfange und da aufhöre. Dann ist die Energie weg. Okay. Jetzt sage ich es einfach langsam an dir. Ich bin hier. Ich bin hier. Step. Eins. Zwei. Drei. Vier. Bisschen flüssiger. Okay. Ich gebe mir mal eine Handschauung. Okay. Schauen wir mal. Also. Eins. Zwei. Drei. Vier. Genau. Ich bin jetzt sehr von der Seite gekommen. Genau. Passt das von der Seite oder von unten? Ich habe auch schon weiß gehört. Das ist da ein Unterschied. Taekwando Leute kicken den ganz oft so. Die schauen nicht mal hin wo sie treten. Die treten so. Ich trete gern von der Seite. Ja. Okay. Jetzt ein bisschen Stilsache. Okay. Ich gucke es nochmal aus. Sehr gut. Aber um du kleiner bist, desto besser ist es. Ja. Wenn du auf Distanz arbeitest kannst du mit dem Jam vorbereiten. Den kannst du auch von lassen. Aber du kannst es auch von hier machen. Okay. Lass mal hier die Hände. Ich mache das. Schütze mir deinen Körper. Mal ein bisschen her. Ich bereite es. Von hier geht es aus. Ich bereite es sehr gern vor mit dem Knie. Boom. Drück dich weg. Boah. Okay. Geht auch aus dem Infight zu machen. Geht auf allen Distanz. Man kann es auch von selber weg machen. Oder ganz nach ran. Aber das ist Wiederholung. Okay. Das muss man schleifen. Probier es noch ein paar Mal aus. Und auch hier. Nicht fest. Der tut richtig weh. Der geht nicht rein. Sehr gut. Und die, die sich gern ein bisschen hauen, die kannst du mit dem Jam vorbereiten. Jam. Boom. Und das war schon die Schulter. Das war nichts. Nochmal. Das war zu tief. Das war auch ein Mess. Mach es ruhig langsam. Eng. Okay. Sehr gut. Lass mich noch mal machen. Ich mache es auch mit dem Jam. Okay. Okay. Es reicht. Ich habe gesehen, du machst ja diesen Schritt hier raus. Ja. Das kann man ja eigentlich auch machen, wenn irgendeine Waffe nicht geklappt hat. Oder wenn ich zum Beispiel den Haken zu kurz geschlagen habe oder so, oder? Ähm. Dass es nicht so auffällig ist, dass sich diesen Schritt praktisch fahren. Genau. Kann man auch machen. Ich verwirre meistens die Leute damit. Das hier, wenn das kommt, weiß jeder, der Ahnung hat vom Kampfsport, es kommt was gedrehtes. Ja. Aber es kann ganz viel gedrehtes kommen. Es kann hier. Boom. Wegflicks Kopf. Es kann, schützt nochmal einen Kopf. Hier. Okay. Komm. Und der kann dann zum Körper kommen. Ja. Oder. Der Rico Kehl. Favorite. Der macht das. Steigt mir, es geht daneben. Heik. Ja. Also es geht weiter. Aber es gibt auch Leute, die machen das hier komplett ohne den Step. Die sind hier. Okay. Warum machen die das ohne den Step? Ich kann ja nur sagen, warum ich es mit dem Step mache. Okay. Wenn wir jetzt mal hier, gehen wir mal hier voreinander. Wenn wir uns hier die Linie vorstellen, die durch dein Zentrum geht und mein Zentrum. Ja. Wenn ich mich jetzt von hier aus umdrehe, dann ziehe ich da hin. Ja. Okay. Und wenn ich mich jetzt den Schritt rüber mache, dann habe ich genau dein Zentrum. Und sogar wenn du jetzt reinläufst, dann erwische ich dich. Ja. Jetzt? Ja. Ich merke, es ist gar nicht so einfach, sich so auf der Stelle schnell zu drehen. Genau zu drehen und nicht aus dem Gleichgewicht zu fliegen. Also es ist wirklich nicht so einfach. Ganz oft bei uns im Training habe ich das. Ganz viele machen den Drehkick und die sind hier und drehen und hier hört es auf. Dann drehen hier verkehrt und verlieren das Gleichgewicht. Und das ist halt Übung und das ist der Teil, wo das Gleichgewicht braucht. Okay. Dann lass mich das noch mal machen. Ich bin hier. Schritt. Ich dreh. Treffe. Ah, der hat sich schon anders sein Gefühl. So, eine ganze Aufgabe. Matthäus, wie weißt du machst? Ich glaube, ich kriege ihn ab. Was kann ich machen, um davon zu kommen? Und für mich gibt es eigentlich immer nur eine Sache, die ich machen kann, um davon zu kommen. Reingehen. Aber nicht in dich rein. Mach mal den Drehkick langsam. Geseit mich an dir vorbei. Ja. Okay. Aber du musst aufpassen, dass nicht was anderes kommt. Das heißt, ich gehe seitlich einen Schritt raus und probiere hinter dir zu kommen. Ja. Du meinst aufpassen, ob du so ein Fan bist oder was kommt. Ja. Genau. Ein Kick, den Matthäus auch richtig geil macht. Der macht viele Kicks geil, aber das ist so dieser Hook Kick von der Seite. Und ich glaube, das ist auch so dieser Anfang für diese ganzen verrückten Rückwärtsgedrehten. Dann kannst du vielleicht diesen Hook Kick, der so aussieht wie so ein Sidekick. Weißt du welchen? Genau. Ich sage dazu Zorro, weil es eigentlich ein Cent ist, was ich ziehe. Und ganz viele haben Probleme, weil das Koordinativ eigentlich ein bisschen schwierig ist und man braucht ein bisschen Übung. Und wenn man es ohne Gegner macht, sieht es richtig komisch aus. Ich mache es mal vor der Kamera. Ich bin hier und ich mache genau das gleiche wie beim Sidestep. Ich gehe hier rüber. Ich kick hoch, aber ich ziehe nicht in die Mitte. Ich ziehe so 45 Grad und ziehe mein Bein zurück bis hier hin und gehe wieder in die Grundstelle. Ich bin hier und zur Seite. Das ist ja eigentlich so eine Mischung aus. Ich mache eigentlich so einen Sidekick und ziehe so am Schluss rüber. Kann man sich das so vorstellen, oder? Kann man sich das vorstellen. Halt mal die Hand auf. Das ist eigentlich ein richtig cooler Kick, weil sogar wenn er normal in der Kampfstellung steht und der die Rechte ein bisschen weit unten ist, ist genau das Schwäfe treffen. Das ist ein bisschen schwierig umzusetzen, aber es ist ein mega cooler Kick. Ich zeige es mal hier an seiner Hand. Ich bin hier. Das ist eigentlich so ein Kick, den man viel im Semikontakt sieht, wenn man Karate sieht. Genau. Das ist ein Kick, der richtig schnell kommt. Ich würde sagen, trainiert es nicht unbedingt im Sparring. Weil wenn euer Partner so ein Ding abkriegt, dann werdet ihr keine Freundin mehr werden. Also probiere es mal aus. Ziel versetzt und ziehe rüber. Okay. 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 Genau. Genau. Und Grundstellung. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Perfekt. Boah. Boah. Das war viel. Viel Input. Mein Kopf. Mein Kopf braucht. Ich glaube, um das zusammenzufassen, kann man eigentlich sagen, es gibt zwei Arten von Kicks, oder? Es gibt die Kicks, die so gestochen sind, wie so ein Speer. Und es gibt die, die wie so eine Axt sind von der Seite. Ja. Schwierig sozusagen. Details sind eher die, wo hart so kicken, alles durchbrechen wollen und das ganze andere ist halt so gedreht. So Taekwondo-Steig, Boximair, Karate und das sind eher die so ein bisschen filigraner Sachen. Ja. Boah. Cool. Mein Kopf braucht. Ich schwitze schon gut. Ich glaube, für mich reicht es vom Input her. Danke für die ganzen Zuschauer und die Zuhörer. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne unten in den Kommentaren. Danke an Matthäus für die geile Kick Session. Wir hoffen euch bald wieder hier im Studio zu sehen. Wenn ihr hierhin trainiert, wie gesagt, geht irgendwo hin, wo ihr Platz habt, wo ihr nichts kaputt machen könnt. Im Wohnzimmer oder so ist es nicht so cool. Vor allem trainiert an keinem Ort, wo es gemütlich ist. Geht raus an die frische Luft, geht in den Keller, geht irgendwo hin, wo ihr Gas geben könnt. Super, danke, dass ihr da wart. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit fragen. Ich hoffe, wir seh' ich bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Pruss. Pruss.